DK hat einige Wards, klar, Blanktp ist nicht das Beste in den solchen Games, aber sie müssen kämpfen, Elder Deck ist ab. Schalke steht mit dem Rücken zur Wand, sie sind einen Fight davon entfernt auszuscheiden und Ruby, der findet den ADC, Take-Set fällt und sofort der nächste Kill, Isma ebenfalls gefallen, Scarface hat zwar noch die Ultimate, hat aber keine Carries mehr, wird von Iboos Shotgun weggeknallt und damit ist Unicorns dabei, die nächstes für Mainz zu reißen. DK, probiert es doch mal, steht in vier Leuten drin, ist der Exhaustus, macht keinen Damage, kriegt es mal den Killer, Ruby, muss in die Stopwatch gehen und damit ist er down, Unicorns of Love bezwingt Schalke 04 und geht damit weiter durch. Unicorns gewinnt 3 zu 1, Schalke damit ausgeschieden aus den Playoffs. 2. 4. 5. 6. 9. 10.